Wenn du sagst, hast du auf mich geschossen, warst du also der Kinder? Hä, was ist das denn für ein... Ohne Schick, wieso? Ich schenke gar nichts mehr, ne? Ich bin echt nie mehr weggeschnitten, Alter. Was für ein... Was zum... Warum schlägst du denn als Fasser? Ich bin so dead. Ich renn weg, ich renn weg, ich renn weg. Lass mich mit den Nunchucks! Lass mich regeln, lass mich regeln! Ich bin ne Rakete, ja. Ich ziel jetzt schon direkt auf nen Kopf, weil ich ein Trailer wäre. Ich bin immer direkt ein, so ein Open an Lockerin. Mach mal was, mach mal was aus dem Handgelenk. Oh, ich bin endlich wirklich mal Trailer geworden. Sorry, Baru. Was war deine Frage? Carry mach. Du bist doch so, du bist doch so ein TTT-Spieler. Ich bin leider nicht der Böse geworden. Das Spiel hat doch keiner geschossen, ne? Scheiße, spielen wir hier CS 2. Also ich hab gesehen, wie ist Maggie Shoschi erschossen. Okay, anscheinend spielen wir Counter-Strike 2. Ey, aber du schießt auf mich. Anscheinend offensichtlich nicht. Dashi, warum aimst du da oben so merkwürdig? Meint, Alu auf mich geschossen hat von da drüben. Offensichtlich nicht. Wie viel HP hast du noch? Dalu schießt aber immer. Das ist das Ding. Oh Gott. Wie viel HP hast du noch Shoschi? Das ist jetzt das dritte Mal, dass es passiert ist. Ja, dann hab ich auch nicht auf dich geschossen, oder? Ah, okay, ja. Das war ein Warnschuss. Können wir das doch mal probieren? Ich find da was komisch. Geht das? Das hab ich gesehen. Da wurde richtig weggetaubt. Dalu hat irgendeine Taube oder so. Nein! Ich geh weg. Pass auf, du musst Schlagen gedrückt halten, dann kannst du Items aufsammeln. Warum hängt das an meinem Arsch? Was ist das? Ich hab Matteo an dem Pümpel. Bam! Oh mein Gott, wie weit flieg ich bitte? Ich häng inzwischen ab. Bam! Ich geh gar nicht schloss. Bam! Bitte. Hallo Tim, ich bin dein Team. Wie spring ich? Wie spring ich? Bam! Oh, sorry, sorry. Ich muss weg von Dalu. Der fliegt gerade bei uns. Andere Seite? Ich wurde von irgendwo weggemacht. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo mein Team sagt. Ja, ist ein paar Team. Ja, keine Angst Team. Doch, Angst. Ihr müsst Angst da haben. Keine Angst Team. Ich hab also ne Kontrolle. Ich hab also ne Kontrolle. Also mir ist er gerade eben nicht ins Wolken. Gefolgt gefolgt. Das Wolken ist weg. Und als ob du ihn spinnst. Das Gefängnis brennt, Leute. Alle raus. Der Knast brennt. Das ist ein Nahkampf. Das ist nicht erlaubt. Das war ein Dead Ringer. Wenn du aus dem Dead Ringer rauskommst und du Knechtig abschießt, der ist der Böse. Gib ihm. Da reagiert er nicht drauf in seinem Alter. Das schafft er gar nicht. Ich komm. Ah, da ist er. Hä? 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 Ist das noch ein Dead Ringer von dir? Nein. Das reicht jetzt aber. Hä? 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 Ist das nicht gelassen? Jetzt oder nie? Okay, das wird nichts. Ich finde das so schwer. Ich finde das sau schwer. diese Art von Level. Aber... Oh mein Gott! War doch einfach,." Hab' gelogen. Nur hier kann man ja auch lang gehen. Schaffst du langsam Leitern zu benutzen. Oh, nee. Irgend glasschaum. Wer ist das denn? Also, Maro war es oder nicht? Ich habe Katze gefunden. Nein. Oh no. Der liegt da rum, aber er sieht noch ein bisschen flauschig aus. Und ich glaube, der ist noch warm. Ah, der ist noch warm. Was gucken wir da? Da hinten rennt eine Mail rum. Ja. Was guckst du? Ich gucke in dieselbe Richtung. Der sagt mir nur wohl. Der Tim will nie was schlagen würde. Sie lockt ihn. Und schiebt Matteo. Der kann nix. Ja, Matteo. Warum rasiert ihr so? Sit down, du Goofy. Alle will hier keiner, das ist mein Tatloschen. Ist ja wirklich wild hier, Knäcki. Also hier hinten ist es noch gerade. Aber hier in die Mitte kommst du. Ja, anscheinend ist keiner hier der böse. Siehst du das, aber hier haben sie erst ein Pixel mehr dazwischen. Alle dazwischen, das schien wird es nicht so richtig, man ist los. Das sieht glaube ich aus, dass es ein Problem ist, oder? Ach du Schande. Was passiert, was passiert, was passiert? Endlich kam wer an, um das Meierkart loszuschicken. Was geht denn hier? Ja, warte, dann können wir hier die Leichen nachher rufen. Ja, man kann die Leichen rausholen, wenn man nah genug dran geht. Hallo! Was ist passiert? Wir müssen die Leichen confirm, Leute, sonst endet die Runde nicht. Dafür muss man nah ran. Ja, wir wollen die Leichen. Mein Aim ist schlecht. Und rein in die Luke. Er nimmt uns alle nassen. Das ist dein Ernst. Boah, schade. Wieso brennt der? Hilfe! Aber er hat Stamina. Okay, ich verstehe. Er ist ja mega stark. Wow! Nochmal! Hier stand gerade jemand auf dem Gebäude da vorne und ist einfach weggeflogen. Ja, weil der explodiert ist. Der hat gefurzt und ist gestorben. Ah, das ist belastend. Eigentlich nicht mehr belastend. hier sind drei stück 2 einer ich hab so getötet ich habe ich habe dich getrackt ich weiß wo du bist nechti sitzt da und shoppt gerade nechti ich hab deinen Namen nicht gesehen nechti kommt jetzt zum snipen Leute wo ist denn der ganz hoch vorm Turm da wo Mario in der ersten Runde war er pikt jetzt rechts vorm Turm die Infos ja ich hab's gesehen so beide hoch scheiße hinten ah ich wär auch hoch oh what a misery boah das ist hier eine richtig fette blaue Rüstung ja ja der Satzfink mit der Euphorie dachte jetzt du haust da was anderes raus ne also da Luca was hält der von mir hier ne ne rechts von dir die Streppen ne ne rechts von dir die Streppen ach secret war straight einer ja oh 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 So weit habe ich gar nicht gedacht. Zalu frech. Er läuft, er läuft und schießt. Ja, ich weiß nicht, ob ich da halt nicht bei der scheiß Farmers bleibe soll. Dann leg mir die AK. Nee. Ich gehe im Auto nicht, deswegen. Doch, doch, doch. Ja, musst du trotzdem richtig so. Jungs, jetzt wird es noch mal Vogel wild. Du musst dir jetzt direkt mit der Bandage healen. Ich habe keine Bandagen. Oder dann einen Energy Drink. Das könnte gehen. Wenn ich jetzt wegen euch hier in der Bossrunde sterbe, dann bin ich... No way, haut ab mit dir. No way nimmt dich hops. Ich habe den Verband hingelegt. Charly, no way. Scheißen. So wird das der Fein nicht. Ja. Warte, hier ist so gefährlich. Oh mein Gott. Ich habe eine Banane ausgerutscht. Gebt doch her. Gebt sich da jetzt. Heli. An so einem Seil. Ja, ja, das ist Notfallpicker bist du. Oh mein Gott. Habt ihr noch irgendwie Energy Drinks? Ich muss noch mal gucken. Aha. Rette mich. Du hast 8000 Meter Distance. What are you talking about? Ich bin ins Portal gegangen, aber es ist wieder zu. Oh mein Gott, das hat ihn so bamboozelt. Oh mein Gott. Ja. 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 Leute, das ist die Anfänger Lobby von Smeggy. Smeggy hat die Anfänger Lobby ins Leben gerufen, um mal ähnlich gute Spieler in seiner Lobby halt zu haben. Ähm, da er aufgrund seines eigenen Könnens die Messlein natürlich sehr niedrig gesetzt hat, ist die Lobby nicht voll geworden. Und jetzt hat er so Knechti und Items und mich bezahlt, hier so ein bisschen rum zu ulken, ja, und so ein bisschen mitzuspielen. Und damit Smeggy, also der hat jetzt seit zwei Jahren, spielt er jetzt Among Us, drei, der konnte noch nicht eine Runde auf YouTube hochladen. Und das soll sich halt jetzt ändern, jetzt hat er ein bisschen Geld dafür in die Hand genommen, deswegen sind wir dabei. Deswegen bin ich auch einfach nur Crewbait. Äh, Van God Gamer Duell gegen Leon, Leon sagt, du traust dich nicht. Äh, ja, wenn Leon mehr als zwei Spiele kann, machen wir das jetzt. Der braucht sechs Sekunden mehr. Ich werf mal Gift da rein. Das schallert, glaub ich. Oh mein Gott, schallert das. Oh mein Gott. Ding, 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 ding. Ja, dann nehm ich das mal, ne? Was wollt ihr machen? He is not! Ah! Ha ha ha! Mach nur das auch noch! Geh in der Palette laut! Geh in der Palette laut! Warte, wir bleiben von oben. I don't know about that. Let's... He is not! Ah ha ha ha! Batman the Robin! Batman the Robin! Ah ha ha ha! Ah ha ha ha! Das Rettungskomite am still! Er hat von oben auf seinen Nacken gesprungen und hat dann seine Klasse gezogen. Wir sind fertig. Ähm, ich will sehen, wie es aussieht, wenn jemand rausfliegt. Ich vote mich selber. Ah, nee, 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 nee. Lass uns Maggie voten dafür. Okay, lass uns Maggie voten. Weil du Jester sein könntest. Weil du Jester sein könntest. Ja, aber er könnte Jester sein, deswegen. Aber es gibt keinen Jester. Ja, er könnte trotzdem Jester sein. Ja, er könnte trotzdem Jester sein. Ist gut. Keinen Jester. Echt Sekunden, um uns noch zu überzeugen. Es gibt an dieser Stelle. Er ist eine Schweine. So, jetzt will ich sehen, wie es aussieht. Bestimmt. Let's go! Ohhhh! 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 Oh mein Gott! Jester vom Haken. Das Ding nebenein, das ist jetzt einfach twirbled und twirbled. Okay. Okay. Ah shit! Oh nein! Batman safe! Ohhhh! Das war insane! Und ähm, achte nicht auf die Surroundings. Du kannst auch manchmal wen frech rausschieben. Guck mal, die Leute passen nicht immer auf. So wie der hier. Ich werde geschoben! Ja, ich werde geschoben! Ich werde geschoben! Tolkien war der, der nicht aufgepasst war! Ich bin auf! Ja, aber da konnte ich nichts führen. Ich wurde nicht geschoben. Ich war auf der Ziellinie! Mann! Seht ihr, was ich meine mit Tolkien? Oh, ich war nicht gemutet! Ohhhh! 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 Und da so was macht, das wird halt auch immer nur schlimmer. Ich merke es. Ich merke es. Alle ungefähr Level 50 plus am Ende waren. Ja. Also wir waren ja schon gleich auf. Ähm, klar, wenn Tolkien das Spiel am Tag nicht runterlädt, wenn es losgehen soll und geht weder durch, halt extrem zurück. Gut. Ja. Dalu, wie kannst du nach all dem immer noch so eine große Klappe haben? Das ist so frechend. Das ist unglaublich. Das waren alles paar Dinge, die passiert sind. Das ist tatsächlich auch sehr legendär und einzigartig. Muss man auch zugestehen. Spuren führen ins Wasser. Ja, ja. Wo ist er hin? Ich spüre etwas. Meine Präsenz. Ah, ist das witzig. Der Hase, guck mal, der mir ins Gesicht schlägt. Der Boris, ihr aber auch. Geil. Geil.